Holz ist ein Naturprodukt und liegt voll im Trend. Moderne Gartengestaltung will auf den nachwachsenden Rohstoff nicht mehr verzichten. Besonders im Freien gibt es vielfältige Verwendungsmöglichkeiten, zum Beispiel als Sicht- oder Lärmschutz, Carport oder als Terrassenbelag. Immer beliebter wird das Thermoholz als Alternative zum Tropenholz. Thermoesche zum Beispiel ist ein heimisches Hartholz, das bei über 215 Grad Celsius ohne chemische Zusätze behandelt wird und durch diese Behandlung sehr widerstandsfähig und langlebig gemacht wird. Holz schmückt jeden Garten und jede Terrasse. Diesen Servicetipp widmet Ihnen der Holzhandel in der WKO Oberösterreich.